Die Kanzlerin und ihr Vize lassen Edward Snowden nicht rein. Probe gestern Abend für eine Protestaktion heute. Die Snowden-Unterstützer wollen erreichen, dass Snowden nach Berlin kommt. Zur Aussage vor dem Untersuchungsausschuss. Und das will auch die Opposition. Weil Herr Snowden in Moskau nicht frei vollständig Fragen beantworten kann und Sachverhalte mitteilen kann. Völlig unvorstellbar ist, dass Herr Snowden in Russland etwa geheime Sachverhalte mitteilt, was er hier im Untersuchungsausschuss in geheimer Sitzung tun könnte. Snowden ist grundsätzlich bereit, aus Moskau nach Berlin zu kommen. Die Bundesregierung aber will das nicht. Es würde mächtig Ärger mit den USA geben. Deshalb möchte die Union Snowden per Videoleitung befragen und nimmt dafür auch gleich die SPD mit in die Pflicht. Ich kenne nur die Absprache mit unserem Koalitionspartner, dass für uns eine Anhörung in Deutschland nicht in Frage kommt. Und dazu stehe ich fest. Und das ist auch eine ganz feste Position der CDU. Der Koalitionspartner weiß von dieser Absprache aber nichts und hält eine Vernehmung von Snowden in Deutschland durchaus für möglich. Mir persönlich wäre es natürlich lieb, wenn man ihm gegenüberstehen und sitzen würde und ihm direkt sozusagen dann auch die Fragen stellen kann, die man hat. Auch hier in Berlin. Es ist noch einmal eine Option, die nach wie vor neben den anderen Optionen Reise nach Moskau, Vernehmung an einem dritten Ort, Vernehmung per Videokonferenz auf dem Tisch legt. Asyl für Snowden, was manche fordern, das erscheint ausgeschlossen. Hier geht es heute erst mal um einen Auftritt in Berlin. Amus. Amus.